Wir geben dir hier die Chance, zum würdigen Mitglied unserer sozialistischen Gesellschaft zu reifen. Du gehörst nicht zu uns. Ich bin auch nicht freiwillig hier. Besser ist, du gewöhnst dich dran. Ich werde nicht in dieser Fabrik bleiben. Und wie kommst du in die Sibylle? Das bin ja ich. Das ist einfallslos und wieder. Wir sind ja hier nicht bei der Brigitte. Unseren sozialistischen Frauen bei der Produktion. Das ist der Titel für dein neues Heft. Gesicht, diese Mädchen. Die wollen, dass ich Mann in Kamm werde. Das ist mein Traum. Mensch, bist du schön. Geht das bei mir auch? Du bist Natur, da muss man nichts machen. Jetzt zeigt mir, dass etwas Besonderes in dir steckt. Sehr schön. Wollt ihr nicht zum Essen machen? Das ist ein GBA. Was seid ihr? Glamourös, betörend, auserlesen. Wir machen unsere eigene Modenschau. Rücken gerade. Prost, raus. Warum willst du dich nicht treiben und nimmst, was das Leben geschieht? Schönheit ist Provokation, Strenge. Und Schönheit hat ihren Preis. Die Bilder von dir überall. Brich, ja, Starwüste. Die Modenschau in Leipzig ist die wichtigste des Jahres. Na, dann zieh dich mal warm an, Püppi. Was macht ihr denn da draußen? Was von den Genossen? Ich hab ihn nicht verraten. Was ist es dir wert, deinen Traum zu leben? Entweder du bist frei, dann bist du es überall, oder du bist es nicht. Dann nützt dir auch der Westen nichts. Du bist frei, wenn du Super stinkst. Untertitelung des ZDF, 2020